Heute wird Aber der Kasache holt sich den Punkt Untertitelung des ZDF positive mit dem ersten Nutzer die rechten und dann der Ball in die Tiefe vorhand der jetzt züberrücker Aufschlag gewechselt wieder ganz stark Apollonia Diagra Diagra bei 1 zu 3 in Oxenhausen der einzige Punkt auf Seiten der Neuer ganz an die Leistungen verletzen hier gut 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 0 3 what's für ein Ballrechsel Und nun kommt die Auszeit von Christian Tamas beim Spielstand von 7 zu 5 für Apollonia im dritten Satz. Das war eine klasse Ballwechsel. Gut gespielt von Apollonia. Das war ein ganzer Apollonia. Wow, was für ein Ballwechsel. Jedenfalls war beide Spiele hier eigentlich im Abseits. Und dann kommen sie aber beide zurück. Und mit dem besseren Mann wie diesmal für der Asimenko stark gespielt ist. Und er holt sich. Aber den kann Thiago abholen und die Abwehr. Helfe hier in der Heune. Der Wall touchierte noch die Kante. Der Asimenko gewinnt den dritten Satz. 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 mit drei